ja wenn man das mal ohne gespielt und festgestellt dass es nicht mehr kann hatte ich kann es halt auch nicht mehr ok er du kannst du mal gewünscht ich werde das von glückstreffer ich kann sie jetzt nur noch da wette ich mit dir na toll dann bin ich auch noch runter we are so alone um egal das heißt bleibt wenn ich keine minus kd habe versucht dass es sein Prozent von Polen auch mal das lassen wir schon gesehen ach so ach so abtrefft doch das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit ich sagte doch das Glückstreffer am Anfang gewesen ich bin bei den Sniper so ja jetzt kommt der mit der Pisten jetzt mach ich auch rein auf Duos Sniper Double Arctic was da los ja ja da ist doch schon wieder auf mich geschossen oder Gaia da ist doch schon wieder Gaia 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 wo bist du wo bist du rennt ja gerade so rum oh wir haben Gesellschaft verdammt eine klaren ja das das war gar damit Garten mit Kentsch habe ich Bock auf die Nische das ist da meine Examen 8 auf so die Euro nur ok jetzt bin ich im Minus KD ich bin wieder mit der Kiste ich spiele ich mir einen kleinen Vorrang und dann das ist kann ich das nicht einfach ohne reinhauen bei einem verkacken wenn er zum Proz reinkommen ich werde das auch so generell wieder geben ich habe alles verlernt Mann da will man macht der da hinten bei einer anderen Kopf so Backlitz von Norma ich bin überall ich bin ein Ninja nichts kann mich auffallen ich weiß jetzt nicht war dieses Geräusch von dir und dann Boxen oder habe ich das über mein Headset gehört und du bist hinter mir das macht mich nämlich nervös ok 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 dann kam das von dir so 6-5 ich habe wieder eine positive KD bzw. ich bin auf dem ersten Platz ich kann wieder mit der Sniper rumspielen ja mach mal damit du die Tümer um kannst scheiße so nicht tja oh Gott ein Speck fuck irgendjemand hat ein Speck ich habe aber nicht gesehen wer ich habe ihn erstmal gemessen hehehe noch bin ich auf dem ersten Platz ich kann weiter mit der Sniper rumspielen ich wollte sie gerade aussahmen aber da kam er so ein Tümer nicht quer da habe ich doch gerade einen in der Kildcamp schönen Campen sehen der will erstmal weggehauen jaaa jaaa weiber na kassiert hm 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 da sind ein paar Leute zu viel gerade gespawnt so wir hatten nur diesen Scheiß weg der nervt scheiß Specks NOIN ich bin nicht mehr auf dem ersten Platz oh Gott ein Hacker ja oh Gott das ist echt neffig das ist echt neffig oh stimmt doch oh ich sehe gerade ein Mini-Misch und ich muss drei Messer wo seid ihr? ich sterbe oh doch nicht NEIN krass ich muss ein paar Kids da holen und mit ein paar mal nicht viele ein Ampel muss jetzt her ja dann dann mach mal naja ich findest du schaff das naja ok fängt schon mal gut an wie gesagt fängt schon mal gut an oh der hat einen mal an NEIN die Wifer die ist immer noch da ich hab schon wieder nicht auf den Namen geachtet so diesmal aber komm her komm her äh Gorgi gbaut hat Speck äh ich guck gleich wenn ich tot bin Gorgi gbaut das sollte ein MSG drin sein ach so der 2 zu 8 steht ja äh äh n 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 Mein Kommener hat es abgestürzt Das ist ja unschön Das ist nicht schön, das ist echt schön Ich habe keine Elite und ich kann auch nicht kicken Na ja, schade Ich möchte mir nur noch mal was zu essen Ja, bis dann Ja, bis später I'm so alone Oh, der Ingeam-Zone ist automatisch lauter geworden Nein Dammit Stirb Beenden wir es, das macht so keinen Spaß Ich bin allein Ach, bleib ich stecken Ich glaube es nicht Loll Alter, mein Ding Was ist da los? Komm wir noch etwas Wir sind immer noch mal mit in Nerven Methodist vista , Mud kom Firstly Ich bin Das ist das Schnell Wir sind schnell um um Mhm. Aiiiinnn. Heaven. Wer ist das? Okay, ein Fremder. Kann ich ignorieren. Nein! Ah, Dauerfeuer bringt's... Nichts. Okay, das war cool. Oh, scheiße. Scheiße. Das war Pech. Ja, komm, 5 Kills, das schaffen wir. Ich hab keinen Bock mehr. Alleine durchzocken macht keinen Spaß. Alter. LOL! Ups. mehr pech kann man nicht haben der männer gewinnt noch dieser anderen natürlich nicht erlaufe ich in die hände von typen ich glaube es nicht ich wusste es ich wusste es ich wusste es na gut das war doch ganz schön knapp